Ich weiß nicht, paar Sekunden, jetzt direkt, 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 oh mein Gott, war letzte Millisekunde gefüllt, jetzt direkt in die Ecke und Deckung, oh mein Gott, haha, Bro, oh mein Gott, was ist denn looten? Dein Freund ist da hinten, hab ich gesehen, rechts von dir, auf Long Range, da hinten, sag das so, was so, oh, zwei Freunde, kann sich unsichtbar machen, oh mein Gott, ja Nick, pass auf, pass auf, pass auf, um die Shotgun und fick den, oh mein Gott, ja Nick, oh mein Gott, ja Nick, was los, Bro, oh, das war sexy, die armen Gegner, ja Nick, darauf spielst du erstmal ne Runde Piano, oder was? Ja, du, traurige Musik, dass die Karrieren beendet, scheiße, du hast sie gefickt, Alter, Hey, da kommt ein Airstrike, ich seh's gerade, haben wir gewonnen? Ja, ne? Achso, ich guck zu, boah, ich höre ihn fast down Den sollten wir jetzt zappen, Alter, ein Trug Hab ihn! Ja, Mann Let's go, motherfucker! Ey, das ist ein sexy Sieg, den man auch posten kann, Mann Heute angefangen das Scheißspiel und direkt vier Siege, let's go! Boah, Alter, sieben Kills, acht Kills, guck mal der Null, Alter, der richtiger Larry Überleb das nicht, Alter, ich versuch'n Trick, ich versuch'n Trick Oh Gott, der hat das gleiche gemacht wie ich Woohoo, Louis, ich komm zu dir Na gut, muss ich erst mal die Saunen uns trennen Wir haben die gefickt, ne? Ja Eigentlich Die sind eigentlich ziemlich gut gerade, ich hab fünf Kills, wie findest du? Äh, eins Ich bin wirklich enttäuscht gerade Ich bin echt nicht, die sind Das ist hier. Oh, scheiße, Blitz! Ich überleb' das nicht. Ich überleb' das nicht. Wir sind gegen Eintracht vor mir, ne? Wir sind ganz viele Gegner, ne? Bro, Bro, mein Controller ist gerade im Verlehr gegangen, während ich am Rennen war. Wir sind ganz, ganz viele Gegner. Wir sind ein Kader.